Ich liebe das. Also das ist wunderschön, ey. Und jetzt geht's wahrscheinlich Richtung Sendemast. Ich frag mich, ist das vielleicht der einzige Weg zur Kommunikation mit der echten Welt? Sein letzter Versuch, wieder zu den Lebenden zu kommen? Ach, da sind die... Immer wenn jemand stirbt, da sind diese Schnitte in den Fels reingerammt. Ich, das, das denke ich... Ich werde mein Fuß hinter mir drücken. Ich werde es drücken, wie ein krumpled Hatchback, Türen geblieben und spüren über die dimmingen Lichter meiner Vision. Ich schläge aus Verletzungen und folge den Flickern des Mondes nach Hause. Wenn Paul kiehlte auf dem Weg nach Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled Hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. 21? Diese Zahl ist irgendwie ein Schlüssel. Auch 21 Boote waren das? Gibt's noch etwas mit 21 zu tun hat? Point of no return. Da steht wieder was. Ich bin gespannt, was da steht. Ich habe angefangen meine Voyage in ein Papier-Boot ohne einen Boden. Ich bin auf dem Mond in es. Ich habe mich über eine Kreis in Zeit genommen, eine Weakness in die Schiefe von Leben. Jetzt hast du auf der Opposite Seite der Papier-Boot zu mir. Ich kann sehen, dass du deine Träße in den Felsen, die durch die Felsen, die geübt, die geübt, die Vegetation. Wenn wir waterlogged werden, und die Kugel disintegriert, wir werden interminglen. Wenn dieses Papier-Aerofluss die Schlüssel verlassen, und die Parallel-Vaportrails in der Nacht, wir werden zusammenkommen. Und er ging auf seine Reise. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte, wenn er sein Ziel erreicht hat, wird er wieder mit Esther vereint sein. In der Dunkelheit. Also darum gehe ich davon aus, dass er sich darauf vorbereitet zu sterben oder die Welt vernehmend ist durchzukehren. Wir wissen eigentlich nicht, ob wirklich Esther gestorben ist. Vielleicht hat er sie nur angefahren. Entweder ist das sein Versuch, wieder zu den Lebenden zu gelangen, oder zu sterben. Was steht da? Und... Und er hat sich... Und er hat sich... Und da stand auch noch was. Jetzt wirkt es so alt, ist das schön. Und der Himmel hat sich geklärt. Als würde ihm etwas klar werden. Oh mein Gott, ist das schön. Und da steht wieder was. Ihr könnt mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Was das Ganze bedeuten soll. Ob alles eine Bedeutung hat. Und der Turnoff für Haus. All diese Dinge kann nicht, will nicht ein Coincidence sein. Okay, ich glaube sogar anders. Er ist nicht im... Also vielleicht doch im Koma, aber... Er hat Esther umgefahren, ist nach Hause gefahren, hat sich betrunken gemacht und exakt 21 Pillen genommen, um sich das Leben zu nehmen. Weil er damit nicht klarkommt, dass er Esther umgefahren hat. Und es kam zu passen, dass es Trades... Ach, das ist nicht so wie nachher. Es hieß erst mal ein Haus. Ich frage mich immer noch, was das bedeutet. Also sind wir eigentlich sozusagen auf dem Toten Weg, weil er sich das Leben nehmen will. Mit 23 Pillen. Und es kam zu passen, dass er mein Schönein gemacht hat. Er hat sich das gerade bewusst geworden. Und... Und von meinen Unis... Der... Das war du. Er versucht sich noch zusammenzureißen. Ich glaube ich. Alter, das ist ja schade. Wunder, 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 schönes Spiel. Sarni... De... Mein von... Heven... A... Great... Brown around... Me and Sonny C For the glory He was not drunk, Esther He was not drunk at all He had not drunk with Donnelly Or Spat Jakobsen back at the scene He had not careered across the lost shores And terminal beaches of this nascent archipelago He did not intend his bonnet to be crumpled Like a spent tissue by the impact His windscreen was not star-studded all over Like a map of the heavens His paintwork etched with circuit diagrams Strange fish to call the gulls away The phosphorescence of the skid marks Lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus Kept off the heavens Ich konnte es nicht genau wetten Vielleicht kennt ja wirklich jemand die ganze Geschichte vergelt Aber mein A5 war das eben Devere with me Vielleicht hat jemand anderes Estan tot gefahren Die Ehrkund ist nicht ertragen, ohne sie zu leben. Deswegen hat er sich nur gut gebracht. Came into me. Der Maskus. Frag mich, was der Maskus ist. Der Maskus. Und wir sind da. Das ist der Sendemask. Er will sich von diesem Körper losreißen und in die Lüfte entschweben. Er will sich von diesem Körper losreißen und in die Lüfte entschweben. Wer war Jakobsen? Wer remembers ihn? Donnelly hat geschrieben von ihm. Wer war Donnelly? Wer remembers ihn? Wer hat ihn? Wer hat ihn? Sie werden in der Ozean wie ein Islander ohne Boden kommen zusammen wie eine Stone. Sie werden ein Aerial, ein Beacon, dass sie dich nicht vergessen werden. Wir haben immer hier immer geblieben. One day, die Gulls kommen und in unseren Böden und in unserer Geschichte kommen. Ich schaue mich nach meiner Seite und sehe Esther Donnelly vor mir. Ich schaue mich nach meiner Seite und sehe Paul Jakobsen vor mir. Sie werden die Böden umbauen, in der Luft zu erreichen. Sie werden die Böden, wo die Hilfe gerätten. Musik So entflog er in die Lüfte. Musik Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Okay. Es scheint ganz so, also entweder ist er oder sie, es könnte jetzt wirklich Esther sein, weil es könnte auch sein, dass er wirklich dem dran steht und das alles Esther erzählt. Und das das Ganze wirklich nur ein Unfall war oder eben nicht und darum erzählt er davon und so weiter. Und entweder ist Esther oder er gestorben oder er ist wirklich zurück in die Welt der Lebenden gelangt. Ich frag mich gerade, ob da doch was passiert. Also ich kann Pause machen, aber es bringt nicht wirklich was. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes Spiel und ich finde es extrem cool gemacht und es ist extrem schön gestaltet und diese Story da hinten die regt zum Nachdenken an und es ist auch wirklich sehr traurig. Also von daher sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und damit würde ich sagen, das war es mit diesem kleinen, kurzen Let's Play. Spiele müssen nicht immer schön enden oder auch nicht immer traurig enden. Hier lässt das Ende eher selber zum Nachdenken oder sein eigenes Denken anregen. Ihr könnt mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Würde mich sogar sehr interessieren. Vielleicht hab ich auch völlig im Müll gelabert, indem ich interpretiert habe, was ihr gesagt habt. Mein Englisch ist nicht 100%ig gut und da hab ich mein Mikrofon geschlagen. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Display wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß und ciao! Ciao!